Endlich mal ein Doktor, der nicht im schwarzen Rock wie ein toten Vogel daher geflattet kommt. Majestät, der Herr Professor Dr. Hufeland aus Jena bittet, um die Ehre, seine Aufwartung machen zu dürfen. Eine städtische Klinik offen für alle. Die Medizin müsste sie, ja sie müsste zu einer der ersten Staatsaufgaben werden. Der Herzog hat es abgelehnt, eine Klinik in Jena zu bauen. Zu mir hat noch nie einer einen Polizeikurier geschickt. Dich wollen sie sehen, Robert, den erfolgreichen Bakteriologen. Der Mückelsee, meine Herren, habe ich mir sagen lassen, soll ungefiltert gar nicht so wohlschmeckend sein. Meinert? Nein. Unsere Arbeit verträgt keinen Punkt. Ich habe versucht zu erklären, dass es sich hier eigentlich... Wovor haben Sie denn Angst, Herr Hauf? Es tut mir laut. Ich möchte mich entschuldigen. Was spielt das für eine Hau? Fester, Fester, Fester. Wen ist dir lieber, wir würden fortgehen. Schön ruhig, ganz ruhig. Können Sie mir für dich verraten, was Sie hier zu suchen haben? Ja, aber das schreiben Sie. Ja, denn Sie sehen Sie, wie es Sie hier zu suchen haben. Ja, das ist aus. Gehen Sie, wie es Sie hier zu suchen haben? Ich habe in Ihren Gehunshode. Sein Sie, wie es hier zu suchen haben? Ja, ich bin echt gut, dass Sie hier zu suchen haben. Untertitelung des ZDF, 2020